Nach Frankreich und vor Schweden hat Tschechien vom 1. Januar bis zum 30. Juni 2009 den Vorsitz im Rat der Europäischen Union. Die Zeiten sind aufgrund der Finanzkrise nicht einfach, aber der Gesprächspartner ist es auch nicht. Die Tschechen sind ziemlich europaskeptisch, genauso wie ihr Präsident Václav Klaus. Sehen wir uns das Land näher an. Das sind die 27 Mitgliedstaaten der EU. Tschechien liegt im Herzen Europas und grenzt an Deutschland, Polen, die Slowakei und Österreich. Das Land ist etwa 80.000 Quadratkilometer groß und hat gut 10 Millionen Einwohner. Es besteht im Wesentlichen aus zwei historischen Regionen, Böhmen mit der Hauptstadt Prag und Meren mit Brünn, der zweitgrößten Stadt des Landes. Die Tschechen bilden mit 90 Prozent die große Mehrheit der Bevölkerung. Darüber hinaus gibt es Mera, Slowaken, Polen, Deutsche, Roma, Ungarn und Routenen. Ab dem 6. Jahrhundert begannen sich slawische Völker in Böhmen und Meren anzusiedeln. Sie waren die Vorfahren der heutigen Tschechen und bildeten ein kleines Fürstentum, das sich Ende des 9. Jahrhunderts unter die Herrschaft des späteren Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation begab. Damit geriet Böhmen in den deutschen Einflussbereich, was eine bedeutende deutsche Besiedlung zur Folge hatte. In der Hauptstadt Prag wurde die erste Universität Mitteleuropas gegründet. Gestiftet wurde sie 1348 vom böhmischen König Karl I., dem späteren römisch-deutschen Kaiser Karl IV. Ein zweites wichtiges Ereignis war die Entstehung einer Reformbewegung, die sich im 15. Jahrhundert auf Jan Hus berief. Die Hussitenbewegung war insofern von Bedeutung, als sie sich der kaiserlichen Herrschaft über Böhmen widersetzte. In Prag kam es 1618 zur Auslösung des Dreißigjährigen Krieges, in dem sich Protestanten und Katholiken gegenüberstanden. Das war der berühmte Prager Fenstersturz. Tschechische Adlige, die sich der autoritären Herrschaft der Habsburger widersetzten, warfen drei kaiserliche Stadthalter aus dem Fenster der Prager Burg und erklärten den Protestanten Friedrich von der Pfalz zum König von Böhmen. Aber die Tschechen wurden von den Österreichern besiegt und verloren jegliche Autonomie. Sie blieben unter der Vorherrschaft der österreichischen Habsburger, und zwar bis 1918. Ein drittes einschneidendes Ereignis war der Erste Weltkrieg. Die Tschechen, die auf der Seite der Alliierten gekämpft hatten, erklärten am 28. Oktober 1918 ihre Unabhängigkeit und bildeten mit der Slowakei und Ruthenien einen Staat, die Tschechoslowakei. Dieser war allerdings nicht sehr stabil. Zwischen der landwirtschaftlich geprägten Slowakei und dem industrialisierten Tschechien war das Zusammenleben nicht einfach. Und die in den Pariser Vorortverträgen von Versailles und Saint-Germain festgelegte Grenze war lang und schwer zu verteidigen. Außerdem lebten in den Randgebieten bedeutende Minderheiten, Ungarn im Süden der Slowakei und Deutsche im Sudetenland. Das Sudetenland wurde im Oktober 1938 vom NS-Staat annektiert, was diesem im Münchner Abkommen zugestanden worden war. Das war ein viertes markantes Ereignis in der tschechischen Geschichte. Das Sudetenland wurde dem Deutschen Reich, die Gebiete der ungarischen Minderheiten Ungarn angeschlossen. Die Slowakei wurde unabhängig und Böhmen und Meeren zum Reichsprotektorat erklärt. Die Entwicklung nach dem Zweiten Weltkrieg ist besser bekannt. Nach der Befreiung des Landes durch die Rote Armee wurden die Sudetendeutschen vertrieben und die Tschechoslowakei wurde im Mai 1948 eine Volksrepublik. Den einzigen Lichtblick bildete 1968 der Prager Frühling, als Alexander Dubček, Generalsekretär der Kommunistischen Partei der CSSR, versuchte, einen Sozialismus mit menschlichem Antlitz zu schaffen. Aufhebung der Zensur, Freilassung eingesperrter Schriftsteller, Rehabilitierung der Opfer des Stalinismus, Zugeständnisse an die Kirche, Ausreiseerlaubnis. Aber auf den Prager Frühling folgte sogleich der Winter, als Prag im August 1968 von Panzern besetzt wurde. Und die Tschechoslowakei blieb bis November 1989 fest im Ostblock verankert. Als dann die Mauer fiel und die Tragödie Mitteleuropas, wie Milan Kundera es ausdrückte, beendet war, versuchte man zunächst sobald wie möglich Anschluss an die europäische Einigung zu finden, indem man der EU und der NATO beitrat. Tschechen und Slowaken trennten sich am 1. Januar 1993 auf friedliche Weise. Die Tschechische Republik trat 1999 der NATO und 2004 der EU bei. Nun zur Wirtschaft des Landes, die sich eher im Aufschwung befindet. 2007 betrug die Wachstumsrate 6,5%. Die Arbeitslosigkeit lag bei 5% und das Bruttoinlandsprodukt je Einwohner in Kaufkraftparität bei 20.200 Euro. Tonangebend in der tschechischen Wirtschaft ist ein dynamischer industrieller Sektor mit Maschinen- und Automobilbau. Die tschechische Marke Skoda, eine Tochter des Volkswagen-Konzerns, hat ihren Sitz in Mladabolislav im Nordosten von Prag. Seit 2004 ist in Kolin das französisch-japanische Konsortium Toyota, Peugeot, Citroën zu Hause. Und der südkoreanische Autobauer Hyundai hat sich 2007 in Nossovice in Nordmeeren niedergelassen. So dann gibt es einen starken Dienstleistungssektor, in dem über die Hälfte der Erwerbspersonen beschäftigt sind. Vor allem im Handel und im Tourismus. Prag ist eine tausendjährige Stadt mit architektonischen Schätzen verschiedener Stile aus unterschiedlichen Epochen, die Touristen aus aller Welt anziehen. Und dann ist da die Landwirtschaft, die zwar nur 3% des Bruttoinlandsprodukts ausmacht, aber weltberühmte Biere hervorbringt. Das Pilsener stammt nicht aus Deutschland, sondern aus Tschechien. Und das Budweiser Budwar wird in Tschechien gebraut. Nun zu Tschechiens Verhältnis zur europäischen Einigung. Die Tschechische Republik trat im Mai 2004 der EU bei, wofür sich 77% der Tschechen ausgesprochen hatten. Die EU ist für das kleine Land mit nur 10 Millionen Einwohnern ein dritter unverzichtbarer Partner, der das Verhältnis zu den großen Nachbarn Deutschland und Russland ausgleicht. Trotzdem beunruhigt Tschechien, das bis Ende Juni 2009 den Vorsitz im EU-Rat hat, durch seine europaskeptische Haltung. Vielleicht hängt diese mit der Vergangenheit des Landes zusammen. Denn nach der deutschen und der sowjetischen Vorherrschaft legt man vor allem Wert auf ein enges Verhältnis zu den USA. Das Land war bereits 1999 der NATO beigetreten. 2003 unterstützte Tschechien die amerikanische Intervention im Irak und entsandte ein Kontingent im Rahmen der Streitkräfte der Koalition. Eine 400 Personen starke Sanitätseinheit, der eine Polizeieinheit folgte. Stationiert waren die Truppen in Basora. Die Tschechische Republik plant, 2009 ihre Truppen in Afghanistan auf 700 Personen aufzustocken, für Wiederaufbau, medizinische Hilfe und Ausbildung. Schließlich hat Tschechien den USA zugestanden, bei Yintze eine Radaranlage zu errichten. Sie ist Teil des amerikanischen Raketenabwehrsystems und soll die USA vor Bedrohungen aus dem Iran schützen. Nur glaubt man im benachbarten Russland nicht dem geringsten, dass man sich damit gegen den Iran wehren möchte. In Moskau ist man der festen Überzeugung, dass das Aufspür- und Abfangsystem direkt gegen Russland gerichtet ist, was zu Spannungen zwischen Washington und Moskau und dadurch zwischen Moskau und Prag führt. Aber auch zwischen Prag und der EU. Denn in Brüssel hätte man es vorgezogen, eine gemeinsame Haltung gegenüber den amerikanischen Raketenabwehrplänen zu finden, die natürlich in den Beziehungen zwischen der EU, Russland und den USA eine große Rolle spielen. Aber auch hier zog Tschechien seine Partner nicht zu Rate. Welche Ziele verfolgt nun die tschechische EU-Ratspräsidentschaft offiziell? Man tritt für eine offene und wettbewerbsfähige EU ein, also für eine weitere Liberalisierung des Handels. Alle Arbeitsmarktbeschränkungen sollen wegfallen. Die Energieversorgung soll durch eine Diversifizierung beim Kauf von Öl und Gas sicherer werden. Man ist gegen staatliche Maßnahmen zur Bekämpfung der Finanzkrise und fördert den Beitritt Kroatiens, nachdem sich die französische Ratspräsidentschaft gegen neue Beitritte vor einem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon ausgesprochen hatte. Für welche Strategie wird sich die tschechische Regierung während ihres Ratsvorsitzes also entscheiden? Man kann eigentlich nur positiv überrascht werden. In der Zwischenzeit lässt sich die Regierung Zeit, um dem Parlament den Vertragstext zur Ratifizierung vorzulegen.